Hallo und herzlich willkommen hier bei uns im OK Experience Center. In unserem Möbelkurier zeigen wir Ihnen heute, welche professionalen Lösungen wir für Sie in der Möbelbranche haben. So können Sie beispielsweise Ihre Kundenkommunikation optimieren, indem Sie aufmerksamkeitsstarke Spezialmedien an Ihrer Ware anbringen oder Sie verbessern die Wegeleitung durch Ihr Geschäft. Außerdem können Sie auf tagesaktuelle Aktionen und Angebote individuell reagieren. Also, mit OK können Sie Ihren Point of Sale sehr schnell und flexibel umgestalten, indem Sie On-Demand und vor Ort drucken. Kleines Beispiel dazu, stellen Sie sich vor, Sie haben im Küchenbereich ein Verkaufsgespräch erfolgreich abgeschlossen und möchten jetzt das Up-and-Cross-Selling verbessern und können dazu einfach mit den entsprechenden OK Tools auf Esszimmermöbel oder sonstiges verweisen. Banner Druck mit OK ist ganz einfach. Nur auf das Drucken Symbol klicken, unter dem C8er und den Eigenschaften die Papierquelle auf die Multifunktionszufuhr stellen und unter Erweitert in der Papiergröße Benutzerdefinierte Papiergröße für Postscript auswählen, die Breite auf 297 mm setzen und die Höhe auf 1200 mm und natürlich muss das kurze Ende zugeführt werden. Unter Papiergewicht stellen wir hier für den Bannerdruck noch 165 Gramm ein und das ist im Prinzip schon alles, was wir tun müssen. Klicken auf OK und starten Drucken. Das ist schon alles, was wir tun müssen. Wirklich ganz einfach. Unsere OK-Manner können Sie individuell gestalten und schnell vor Ort drucken. Musik 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 Untertitelung. BR 2018 Hier drucken wir die Türhängeschilder. Dazu gehen wir auf den Druckertreiber des C8ers und unter den Eigenschaften wählen wir unter Papierquelle den Mehrzweckeinzug und als Papierart wählen wir in diesem Fall den Benutzertyp 6. Das Papier kommt hinten aus der geraden Papierausgabe. Wir müssen jetzt noch das Papierformat einstellen. Dazu gehen wir auf Erweitert. Unter Papiergröße ist A4 richtig eingelegt. Wir wählen auch die lange Kante in der Zuführung und starten den Druck. Das war's schon. Jetzt drucken wir die Türhängeschilder. Meine Kollegin wird Ihnen gleich zeigen, wie Sie sie in Ihrem Store gewinnbringend einsetzen können. Unsere Türhängeschilder können natürlich nicht nur an Türen, sondern auch an Lampen, Stühlen, Küchenschränken oder Pflanzen befestigt werden. Gibt es denn noch weitere Vorteile unserer Türhängeschilder? Die Türhängeschilder sind äußerst robust und widerstandsfähig, was bedeutet, dass sie sehr einfach und schnell befestigt werden können und auch sehr langlebig sind. Außerdem spiegeln sie nicht, was ein weiterer Vorteil gegenüber der derzeitigen Lösung vieler Möbelhäuser ist, ihre Auszeichnung in Folie zu stecken. Mit dem OKC8 können außerdem Bodenaufkleber im Bannerformat gedruckt werden und das kinderleicht dazu im Druckertreiber unter den Eigenschaften in der Papierquelle den Mehrzweckeinzug auswählen. Anschließend für die Papierart Benutzertyp 2 auswählen und das Papierformat unter Erweitert in der Papiergröße auf Benutzerdefinierte Seitengröße für Postscript und dort in der Breite 297 mm und in der Höhe 1320 mm eingeben. Natürlich müssen wir das kurze Ende zuerst zuführen und das war es aber auch schon. Anschließend nur noch bestätigen und den Druck starten. Fertig ist das. Mit den OKC8-Druckern können Sie nicht nur Bodenaufkleber in 1,32 m Länge drucken, sondern Sie können sie beispielsweise auch an Glasflächen wie Fensterscheiben oder Aufzügen anbringen. Wir geben Ihnen nun einen Überblick, wie Sie mit professionell in-house gedruckten Materialien Ihre Verkaufsflächen besser gestalten können. Sie können zum Beispiel Banner bis zu einer Länge von 1,20 m von der Decke abhängen oder auch zur besseren Wegeführung nutzen. Zur besseren Wegeführung können unter anderem auch unsere 1,32 m langen Bodenaufkleber eingesetzt werden. Diese sind auf wischfestem, reißfestem und lichtbeständigem Material gedruckt und in kleinerem Format, wie zum Beispiel auf einer Glasfläche oder dort auf dem Sitz aufgebracht, können diese rückstandsfrei auch wieder abgehöhnt werden. Zur besseren Warenauszeichnung können Sie beispielsweise unsere Türhängeschilder nutzen oder auch die Tischaufsteller. Außerdem können wir Schlaufenetiketten bedrucken, die Sie an Pflanzen, Spülen oder auch Dekoartikeln befestigen können. Wir können außerdem bis zu 256 g starke Papiere für Beschilderung bedrucken. Und last but not least können Sie auf nur einen Mausklick aus A3-Bögen eine fertig erstellte A4-Broschüre produzieren. Bei so viel Effizienz ist vielleicht sogar die eine oder andere Tasse Kaffee mehr drin. Oder Sie kümmern sich ums eigentliche Geschäft und machen Ihre Kunden glücklich.